Sexy Pose Ja alles in der Aufnahme Machst du mit bereit? Sofort Ich muss noch schnell pissen Brauch nicht, dann Muss rausgeschnitten werden Nö, ich lass das drin Kann schon mal suchen Zack Warte Mächtig gefunden Warte, 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 warte Warte, 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 warte Oh Ja Kalle Wir müssen nach da oben, weil unten sind welche Doch schnell mein Häkchen gesetzt Ich nehme glaube ich zu Norbert wieder oder Gleiter oder Gleiter oder Gleiter? Gleiter Gleiter Gibt es da oben auch eine Seilbahn? Äh, ja Ich glaube die verteilen sich so ein bisschen über die ganze Map Geil Nach bestimmten Linien Geil Aber wir sei bald gleich Nach dem Looten Weil über uns war, weil über uns war, ist ein Team und bei dem Ford ist auch ein Team Also wir müssen uns bei einem Looten, sonst kommen die unter Und dann kommen die unter Aber wir müssen uns hier drunter beide nicht schlecht aber ich muss ja ich hatte es gleich liegen drittwaffe ist definitiv die ak das geht nicht anders oder soll ich das die weifel mitnehmen ich habe doch schon noch mit den katholik moment da nicht das Jahr um ein Verwesen liegen wird durch mich erkrankt und die Gug die Ecke und Weide okay Warte 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 hier oder Acker jetzt die Acker ich hab schon eine heute Monika zu nehmen gerne aber ich habe auch also noch ein bisschen braucht ich hab 5 und 5,56 und 7,62 habe ich da ich hab eine andere Woche jetzt nehmt 4 ok perfekt das war ich das war ich ok ich hab mich nicht rocken man weiß ja nie das andere Team kann schneller auf der Spur sein ja deswegen guten wir das hier das Haus hier noch, hier ist ein Helm ich hab schon ein Helm oh alter ich hab macht vor Scope das ist gut Alter aber ich hab mich mit Nachsfassgruppen nicht so klar ne brauchst du ein Acker Scope? ne Alter nein ich kann ich nimm es mit ich nimm es mit Scope aber damit niemand anders es hat aber ich komme mir damit nicht klar ja wo wir los können wir müssen ja wohl nicht zu voreilig wir haben immer in 6 neilten Minuten ja aber trotzdem zu zu äh zu dem Ding ich hab dir das Acker Scope in meiner Tasche ne wollen wir das Haus noch kurz looten welches? das hier vorne ok nimm das mit äh suchst du schon mal den Eingang? äh 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 das ist ne gute Frage also hier ist gar keiner äh äh die Linien die du angezeigt triffst sind ja keine Seilbahn mal da oben aufs Naus komm mit musst du da rüber gleiten geil alleine also ohne so'n Ding und das ist ne Konde da machst du das eigenständig glaub ich äh 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 muss ich nur gerade sehen wie ich da hochkomme äh warte kann man drinnen auch ja man kann drinnen auch ok 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 warte achso deswegen nice eigentlich mal mal für nein äh äh wo musst du ganz hoch musst du ganz okay Kalle ja du musst aus dem Fenster und dann hier oben hin und dann kannst du hier lang gleiten äh äh los ja und dann fang an fang du an fang du an ach wir haben kein Kleid äh climbing ähm outfit nein das wäre jetzt wichtig gewesen da kommt einer lauf lauf den holen wir uns eigentlich mal wir verstecken uns jetzt im Haus und holen ihn dann das sind doch hier gute Spieler so wo ist er denn woher traut er sich zu uns wir haben Zeit ach vier Minuten noch ja komm mit t auch der sich traut er sich oder haute ab wer seitdem er verloren hat hat er wahrscheinlich ab oder er ist unten im Haus er hat eine Nate gesprungen das war ich das war gleich im Auto ne und abhauen raus genockt ab m er hat nichts er hat nur Bandagen ah nimm dir mal das gute Kick von ihm mein Rucksack ist fast voll er hat ein gutes Kick dabei oh visiere aber auch ah und dann fahren wir mit dem Auto einfach zur 200 bester kann es nicht sein mit zu fahren ne warte ich muss einfach kurz die Visiere wechseln ja ja mit äh 2 zweieinhalb Minuten kurz aus der Zone heraus zu düsen da komm drauf ach so ja dann gib mal Gas hier schnell aus der Zone raus der dir schlecht zeigt dir an wo du dank musst müsstest nicht bei mir nehmen düst mit 60 durch die Gegend wir sind jetzt easy aus der Zone willst du nicht neben mir sitzen ne ein ein erster Kielmann der die Lender die für ich nenne euch die Folge Fürst Polart für die endlich mal die erste Wege gemacht vor der Zeit ah mein Schnellleuch denk daran wenn du gleich in die Zone kommt sich auch zu verhaften wir sind schon da 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 wir nicht da ins Kriegsgebiet kommen siehst du sie? sie ist gleich wo sind die ungefähr? vorhine vorhine fast wo sind die wo sind die hier? ja 150 vorliegen dieser Arbeit für sich aus Praxen ja erkennt sich also weiter er ist ist definitiv einer zwei team die tone wir sind in der zone und weiterhin nach in die zone fahren ja pass aber auf dass du jetzt nicht so viel auf den erregt am besten an der grenze entlang wenn die dabei schon sind und schon mit dem auto auch hier stehen dann wird es lustig ja ja die zone ist tot doch wo ist die neue zone gleich ach da unten man äh an antwari will muss jetzt so ein bisschen oder versuchst du grad den steigsten weg ever wir kippen sowas von weg oder musst du autofahren fester fester autofahrer ever das bin ich doch mal bergleiten auf neuem niveau das sind natürlich nein die ich auch das ich fahre ich ich fahre f f Otto brennt. Okay, wir müssen raus, wir müssen kämpfen. Einmal neun noch hier und dann ab ins Haus. Nein, nein, Kalle, wir laufen. Wir schaffen das nicht. Wir haben uns im Visier. Na, wir laufen. Komm mit. Besser, wir fangen sie ab als die uns. Kannst ruhig in den Sturm reingehen. Oh, die shit, ey. Wo ist denn die achtet hier? Hm, langbombe. Das war wirklich ein langer Fußmarsch. Aber für die auch. Ja. Bei unser Auto werden die garantiert nicht nehmen, weil wir werden das dann hoch, ja. Das sollte ihnen klar sein. Ja. Oh, man kann halt echt aus der Tunde noch raus. Würde, dass so eine Eismarung ist. Oh. Von wo? Die haben uns. Such die gerade. Seh sie nicht. Auto. Ich bin down. Er dreht um. Mach von oben auf den Berg. Mach schnell. Solange sie sich da oben auf den Berg bekämpfen. Ja, komm schon. Hier, drei. Und dann schnell weg hier. Ja. Schnell, schnell weg. Go, 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 go. Scheiße, 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 scheiße. die durch die durch die durch die durchlaufen ausseiten aber tic-tac bist du tot? ja loll loll was war das? was war das? von hinten auf den Berg alter wenigstens ein Kriege noch eine Runde? eine geht noch eine geht noch eine geht noch eine geht noch